Noch nie gehört hatte, als ich mir diese Listen durchgeguckt habe, ne? Okay. Also ich habe zum einen den Ausdruck Sprotte und Schrubber noch nie gehört. Sprotte? Das sind Beleidigungen. Sprotte heißt Unerfahren und Schrubber heißt Rüpel. Habe ich vorher noch nie gehört. Okay, das wird aber gut zu wissen. Ja, Sprotte. Also, man will auf jeden Fall einmal in die Steuerung gucken, weil die ist nicht gerade klein. Okay, wer hast du, kriege ich noch hin? Machst du, okay. Markieren mit einer Maustaste ist gut. Das, okay, haben wir, soll ich da sein? Okay. Ach ja, wenn man irgendwen sichtet, dann sagt man, man hat jemanden geblackspottet. Geblackspottet, okay. Das ist schon ein Aktionswort. Na, okay. Was zu wissen. Segelhissen und so, da, 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 da. Ich habe hier drei Katakten vor mir herumfliegen. So, aber erst mal. Sprinten, Handwaffen, Neuladen. Nee, klar. Gar kein Problem, reicht. Oh, Fernrohr. So. Einmal kurz gemutet. Hallo in den Chat. Wir spielen heute, äh, wer ist denn das Spiel? Blazing Sail spielen wir heute. Mit dabei Shining und nachher auch der Schwänzel. Wir würden mich ein chaotisch stößen, Piratenmaterial, ich bin mal gespannt, wie es so sein wird. Ähm, und Shining ist auf jeden Fall richtig vorbereitet. Haltet euch auf jeden Fall fest. Wenigstens darf man sich selber sprengen. Ah, ist doch gut. Zumindest wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Ja, also, na, da, da sehe ich uns auf jeden Fall bis selber springen. In einer Hinsicht will ich übrigens die Piraten kritisieren. Ein kürzeres Wort für der ist tot hatten die nicht. Der besucht Davy Jones für den Rest der Ewigkeit. Also, da würde ich die mal ein bisschen kritisieren. Das hätte man ruhig ein bisschen kürzer formulieren können. Ich denke mal, wir wollen zu dritt starten. Ja, weiß ich nicht. Einer am Steuerrad, zwei an den Kanonen. Nein, aber ich glaube, bis Sven, eine Runde kriegt man noch, glaube ich, ohne ihn hin. Okay, dann holen wir uns mal diese Landratten, Werther Matrose. Weißt du, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie das so ist mit der Wartezeit in den Lobbys. Ja, ich weiß es auch nicht. Bester Server wird gesucht. Oh, wir haben offenbar den besten Dreck gefunden. Nice. Also, einer springt drüber und sprengt sich, habe ich gehört. Damit gewinnen wir am ehesten. Ah, krass. Okay, das ist in der Lobby auf jeden Fall. Wie viele sind wir denn? Okay, 16. Äh, kann ich den Voice-Chat irgendwie ausmachen vom Spiel? Oh, wir haben jemanden einfach dazugekriegt. Purple is L. Ich muss das Spiel noch leiser machen, ich höre dich kaum. Natürlich, Musik 50 Prozent, Soundefekte und Befehle 80 und stellt es auf 100 Bänge. Klar. Ach, bei mir, mein Hör, das funktioniert auch nicht. Aufnahme starten. So. Ich mache einfach mal den Schick komplett stumm, dann höre ich die nicht mehr. Ich habe die bisschen leiser gemacht. Ich habe nur Schaufel, alles gleich, ich, 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 ich begrabe die nicht mehr. Obwohl, ich will die an Beschimpfungen hören. Na? Wenn wir die nachher wehauen, dann willst du doch irgendwie, was ihre letzten Worte sind. Ich glaube, unser dritter Kamerad ist AFK. Er steht hier nur rum. Ja, aber wir sind ja auch erst in einer Minute, also dann alle Zeit der Welt. Okay, Hammer. Wichtige Frage, kann ich emoten und bedanzen? Ui. 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 Die sind genauso begeistert wie wir. Der hat's direkt schon auf Flamen. Ah, ich hab dich gefunden, hallo. Hi. Ich hab dich mit dem Hammer. Boah, hast du die Schaufel leer? Ich will auch eine. Haha, du kannst ja so, boah, ne Flasche, ne. Ich hab nur diese Flasche. Kann man noch keine mehr beigucken? Ja, ne, es ist halt zu gehen. Aber die Wartezeiten in der Lobby sind schon mal ganz angenehm. Ich hab nur mehr, okay? Easy. Ich bin mir gar nicht auf dein Schiff gespannt. Wie sind wir denn überhaupt? Vier, glaube ich, oder? Natürlich vier, ja. Gerade eben bei, wir waren kurz sechs. Ich frag mich, ob man irgendjemand einfach ertrinkt, wenn man so rumschwimmt. Ah, okay, du musst auswählen, wohin. Äh. Ja. Alles klar. Ah, okay, man weiß, wo alle hinwollen. Es ist mehr als deutlich zu erkennen. Hm. Komm, gib mir mal da hin. Tridents Fall hab ich mal gewählt. Alles klar. Damit. Direkte Anstattung. Das sind wir meine werten Matrosen. Ja, das ist klar, ich hab die Hängelampe schon mal ausgemacht. Ah, B ist Fernglas, okay. Oh, wir haben einen neuen Random. Da, da ist geflogen. Na dann, Segelhissen, Männer. Wir, äh... G? Ich fär gerade direkt vom Schiff. Segelhissen, er springt vom Schiff. Tschüss. Ach, müssen wir vielleicht erst mal looten am Anfang? Ach, kann, äh, ja, kann. Sein. Ich sehe wahrscheinlich mehr Kennert. Alles klar, ich mach den Anker. Äh... Ja, ich schwimme am Land und guck mal, ob ich was Sinnvolles finde. Alles klar, Captain. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass das Schiff am Leben bleibt. Und das Schiff dreht sich gerade. Der Anker... Aber der Anker ist drin. Entweder hab ich hier raus... Entweder hab ich sich rausgenommen oder rein. Also, da wäre es da gelichtet. Finde nicht meutern, dass ich direkt unser Schiff zum Drehen gebracht habe. Wo finde ich denn hier überhaupt was? Ich hab schon mal... Also, ich hab das verbrochene Flasche. Bin schon mal... Da hinten ist ein... Da hinten ist ein Fragezeichen, Captain. Da hinten liegt ne Kiste. Oh, ich hab ne Armbrot gefunden und Pfeile. Ah, hier ist ein Teleporter, okay. Oh, ich hab für mal... Dann untersuche das Fragezeichen, der Kante. Ich hab eine Schrollflinte, Captain. Kanonenkugeln, Captain. 30 Kanonenkugeln. Beim Hammer wird mir die ganze Zeit Holz angezeigt. Muss ich auch irgendwie Holz irgendwie abbauen? Da oben. Ich kann da draufschlagen. So, Fragezeichen. Noch mehr Kanonen. Ach, das ist irgendeine komische Münze. Was soll ich mit dieser Münze? Mit Kuh ist, ich glaub, Teleport zurück zum Schiff. Ey, da bildet sich irgendwas drum. Hä? Wo bin ich? Das ist ein Teleporter. Ja? Und hier sind Haufen weiße Kisten. Also, ich sammle grad Holz und Kanonenkugeln. Ja, in den Fragezeichen sind grad viele. Und ich hab rausgetappt. Ja! Ich hab Paddeln oder Schaufel, Captain? Äh... Ich würd sagen, die Schaufel. Damit können wir noch nach Schätzen graben. Ah, ist klar, Captain. Ich hab übrigens auch grad eine gefunden. Ja, ich hab hier noch drei rumliegen bei mir. Für die Schaufel. Ist auf jeden Fall besser als diese Flasche. Der Random ist wieder am Schiff, Captain. Okay, ich komm gleich hinterher. Ich bin wer weiß wo. Davy Jones hat mich zu sich geholt. Du spinnssackiger. Das ist immer cool. Bin auf dem Weg. Bin ich übrigens Kanonenkugeln, da seh' ich mich doch auch. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich bin in irgendeiner Festung gelandet. So, und dann? Ich hab keine Ahnung, wo ich binde. Ah, mit der rechten Maustaste verteidigt man sich. So, dann kann man blocken offenbar. Erstmal zurück, teleponieren aufs Schiff. So, wie teleportiert man sich zum Schiff zurück? Ich hab da sind Platten auf dem Boden, die so ein Schiff symbol haben. Und dann drückst du die Münze in der Zeit in der Hand. Das klappt, wir haben sehr viele Kugeln und sehr viel Holz. Bin zufrieden. Okay, unser Random Link. Ich weiß nur, dass ich mir gerade runtergefallen bin. Und hier ist noch ne Ahnung. Ah, haha, okay. Wo bin ich? Du hast verstanden. Ach, ich bin am anderem Ende der Insel. Äh, in der Richtung seid ihr, glaube ich. Nein. Minimal befordert. Ich bin ja Lindernde. Ich bin auf einer komplett anderen Insel. Wie bin ich denn hierhin gekommen? Wir sind jetzt zu viel Kappen. Ich denke, ich bin nur auf der gleichen Insel und dann bin ich auf einmal komplett woanders. Wir haben Beefy Boy jetzt auch am Ende der Kappen. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, ich habe einen neuen Matrose gefunden und war nicht mal anwesend. Und jetzt bin ich auf einmal wieder hier. Lol, ich bin auf dem Mast. Äh, wo ist unser Schiff? Das Schiff dreht sich nur. Dreht sich's immer noch? Nein, Käpt'n. Es dreht sich immer noch. Nein, Käpt'n. Äh, wie kommen wir überhaupt an Bord? Ist da ne Leiter dran? Ah, hier ist ne Leiter dran, okay. Land in Space. Du kannst den Freibäuter einfach hier lassen. Du kannst dich ja teleportieren. Äh, Kanone verwenden. Wisst du? Ja, ist... Ich lad einfach mal die Kanonen schon mal, okay? Ja. Ist wahrscheinlich zumindest ne gute Idee. Wie der Rand in zwei Sekunden wieder auf dem Schiff war und dann wieder runtergeschwungen ist. Was? Achso. Ich habe noch gar nicht mitbekommen. Gintour Captain, der war kurz auf dem Schiff. Man ist wieder verbohrt geschwungen. Ja, gebeutert. Haben wir ein kleines Ziel, Käpt'n. Die hat hier Fritzen. Würge David Jones seiner Seele gnädig sein. Schwere Kanonenkugeln, Kanonenkugeln aufnehmen. Oh, wir haben diese Zwillingskugeln. Um Kettenschuss genannt. Ja, davon habe ich... Ich habe echt viele aufgehoben. Gerade eben auf der ersten Linse. War echt nice. Kann ich das zu euch auch hier einfach hinlegen? Man sieht sogar, welche Kanonen immer schon beladen sind. Ich kann die noch auf den Boden legen. Was ist denn das? Oh, hier liegt ne Fischmunition. Die habe ich auch gefunden. 13 Stück habe ich gefunden. Munition aufnehmen. Ich muss einfach wissen, ob das geht. Bleib stehen. Ich will gucken, ob Teambeschuss geht. Was machen Sie da, Sie räudige Halukke? Wir sollten mal gucken, dass wir irgendwie in die Richtung kommen, wo unsere Kollegen sind. Unser Crewmitglied wurde eliminiert. Ankerwinde drehen. Ist der denn eingeholt schon? Der ist eingeholt, ja. Ich könnte den jetzt werfen. Irgendwie muss man auch die anderen Seile hier machen. Äh, Engelampe verwenden. Da ist unser dritter Mann. Oh, wir haben hier hinten noch einen Teil. Hm. Das bin ich gelb. Schiffslaterne verwenden. Noch ein Freiboltermeer auf unserem... Äh, warte mal kurz. Lohreichen Piratenschiff. Weißen wir in ferne Gebiet. Lass uns, äh, saftige Schätze erwarten. Da treibt was auf dem Meer. Und unser Typ rennt hinterher. Soll ich ihn einfangen, Captain? Stimmt, es gibt hier auch so eine Zone. Wir sind offenbar in der Mitte von diesem Sturm. Sturm? Ja, so hieß das in der Beschreibung. Ach so, ich dachte gerade, ich habe klares Wetter. Siege werden wir verwenden. Wir sind auf jeden Fall noch in der Safe Zone. So, beidrehen, Männer! Wir fahren mit dem Bind. Soll ich im Ranch wieder einfangen, Captain? Er schwimmt nur noch. Ah, ne, ist wieder hier. Alles gut. Hab ich so gesagt. Es gibt, glaube ich, irgendeine Methode, wie man sofort hier hinkommt. Wahrscheinlich kann man sich einfach selbst ertränken. Noch drei Schiffe. Noch drei Schiffe Käpt'n, wir haben nur noch zwei Gegner. Feind in Sicht. Beide Feind in Sicht. Zwei Feind in Sicht. Auf welcher Seite, ah, da hinten. Ich sehe sie. Süden. Feuermänner! Die schieße ich. Ah, so. Der andere Feind ist da. Es, im Südosten ist der andere Feind, Captain. Wir treffen sie ganz gut. Halte den Beschuss erstmal auf den. Captain, wir haben ein Problem. Wir sind zwischen den Fronten. Ich wurde getroffen. Ich gehe mal ein bisschen reparieren. Unser Schiff blutet. Man kann das Schiff reparieren. Ja, ich habe, wir haben 160 Jolls. Irgendwo muss ein Loch sein. Ah, ich sehe es. Captain, wir wurden wieder getroffen. Ich glaube, ich habe noch ein Loch reingehauen. Ah, nee. Ich rappe hier unten. Schießt ihr weiter. Äh, wie holt man das? Ah, ist schon cool, der Weg. Ich über... Wieso ist hier drin ein Korten? Kann man das was auch irgendwie auspulen? Oh, shit, Captain. Wir wurden schwer getroffen. Wir wurden sehr schwer getroffen. Ja, ich sehe davon leider nichts. Ich habe kein Holz mehr. Captain, ihr... Ich werde untergehen. Captain, gegen Topp ist schon wieder von Bord gesprungen. Ein, die Kanonenminder. Ich bin tot. Glaube ich. Ich bin tot, kein Wind tot. Habe ich nicht so schönes Spiel rausgesucht. Ja, wenn man einmal drin ist, dann kann man wieder... Wir wurden besiegt. Nein. Unser Schiff sinkt. Ich weiß auch nicht, wie man das Wasser da rausholt. Also, ich habe jetzt zwar geschafft, die Löcher zu stopfen, dabei keine Ahnung, wie das Wasser rausgeholt wird. Was ist das Schiff sinkt? Die Drunk-Rack ist dauernd. Ja, dein Name passt. Aber warte schon mal eine gute Idee. Wir können mal kein Soberbote gehen. Ja, es geht. Ich werde mal sagen, das Spiel verlassen. In der Hoffnung, ah, okay, man fliegt da nicht ganz raus. Man bleibt schon noch im Team. Ja. Schwellen braucht noch eine Weile. Ja. Ja, ähm, die erste Runde lief doch gut. Wollen wir auf jeden Fall schon mal die witzige Runde. Bei Amazon müssen wir uns das erstmal witzig haben und danach so nach und nach verstehen wir es dann. Ich will mal gucken, wie lang ging diese eine Runde? Die sind in nahe von zwölf Minuten kaputt gemacht worden. In Warms haben wir noch ein 50. überlebt in der ersten Runde. Also, das ist eine deutliche Steilung. Ja, man muss aber auch sagen, bei Warms gehen die Runden nicht besonders lang. Hallo, ihr Lapp... Hallo? Hi. Hallo? Kannst du auch noch mitmachen? Nee, leider nicht. Ich hab speziell auf jeden Fall so möglich. Ich bin schon mal wieder ready. Ich glaube, bei meiner Aufnahme ist das Bild hängen geblieben. Nein, doch nicht. Ich dachte mir, ich nervt euch einfach an diesem wunderschönen Satz. Ja, unsere erste Runde war relativ erfolgreich. Wir wurden erfolgreich versenkt. Ist doch geil. Vor allem wegen, weil wir einfach zwischen zwei Fronten waren. Ja, das war eigentlich ein Problem. Ich weiß gar nicht, woher... Ja, wir haben Davy Jones besucht. Ich weiß gar nicht, woher ein Problem ist. Das ist doch geil, äh, Davy Jones... Ich bin rausgeflogen. Lol. Ich bin da. Ja, okay, dann Spiel verlassen. Hast du schon das neue Overlay von Twitch gesehen? Die haben das jetzt richtig... Brauchst mich nicht für Futter mal einladen, alles gut. Janek. Janek. Nee, hab ich nicht gesehen. Wenn du auf die Hauptseite von Twitch gehst, dann gibt es da eine Kategorisierung unter empfohlenen Kanäle, die sie könnten gefallen, ne? Achso, ja, stimmt. Das hab ich schon mitbekommen. Spiele in Real Life Music und Sports. Ja, das hab ich schon mitbekommen, das stimmt. Wenn du Spiele gießt, siehst du halt nur die Spiele und dann die Top-Streams, natürlich. Wärte gedacht, Double-Card ganz um. Folgt von End of Blood, gezeigt von Adi de Dac. Hier, folgt von Jimtex. Krass, ne? Bis jetzt eigentlich da in der Kopie drin oder ist man Spiel verpackt? Das ist normal. Jetzt bist du aber mit drin. Lass mich mal eure eure Wellen wieder tun. Viel Spaß. Danke schön, damit. Tschüss. noch schönen rechten Abend, tschüss! ich kann auch mal schwenden ein ja hab ich auch schon gemacht, ich hab den auch schon einmal angeschrieben also mal gucken, bist du wieder rausgeflogen? nein ich hab den Ladebittschirm vor mir okay für mich sieht's aus, als ob es auch Nebel geben könnte ja stimmt, jetzt haben wir wohl Nebelrunde ich bin grad wieder alleine, und du? ich glaub ich starte das Spiel einmal kurz neu ein Stein Pikachu ist in der Lobby gewesen weil ich bin schon wieder rausgeflogen und ich sehe den Nebel bei dir vielleicht lädst du mich besser ein irgendwie weder spiel nicht, dass ich der Käpt'n bin ich hab gesehen, dass ich ne schlechte Leistung geliefert habe und das Spiel selbst hat die Meuterei schon angezettet das Spiel ist das Spiel nicht negativ, wenn du in den Fingern das Bild die Luske mich hat das gelesen hast du schon was? die Zukunft wonach es wird noch das Leben Helden dann hast du mehr als ich und um die Kopf okay ich möchte ja vieles weiter doch wie gesagt das Spiel lebt doch also von der Verpflichtung gemacht wahrscheinlich ich habe einfach nur quick play gemacht so ich sehe die einladung im genutzt mir hast du keine 1000 geschickt das habe ich auch gesehen was ich auch gesehen habe dass es irgendwo ein kraken geben soll da wollte ich hinten mit unserem schiff krieg es lieb aber da kann die anderen schiffe schon entgegen die erste runde lief ja auch so extrem gut da kann man sich überhaupt nicht beschweren ein neues crew möglich ich bin ja der captain ich muss mich erst mal daran gewöhnen diese ehre baubart mich das spiel nicht du hast jetzt eine runde verpasst wenn also alles gut eine runde okay wie ist das spiel es macht spaß es macht spaß man wird echt schnell versenkt zusammenfassung in einem satz vor allen dingen sind diese kameraden gut die einfach ins wasser springen und dann wegschwimmen ja okay aber am anfang habe ich nicht verstanden weil er looten natürlich weil er natürlich looten wollte okay später habe ich es nicht verstanden aber okay okay das spiel ist echt laut ja ich habe es auf 18 untergeregelt aber hey ich versuche gerade überhaupt da drauf zu kommen äh wo muss ich jetzt drauf gehen auf spiel im pirat keine ahnung ne ich hab dich eingeladen okay ich mach es so einfach ein und direkt was die nicht jetzt mal langsam drehen das spiel backt bei mir sehr jetzt hast du es geschafft endlich ich bin auch ein matrose was ist los landratte gucke ich bin doch da oder wie ich bin noch nicht da jetzt du bist noch unter den landratten jetzt bist du ein freibeuter der meere das ist so chaotisch das ist so chaotisch fragezeichen kisten da ist immer geiler stadt stadt drin und später muss ähm man die anderen schiffe versenken wenn das ganze team äh raus ist dann hat man glaube ich verloren sonst glaube ich respawn man glaube ich weil wer hat verloren wenn das schiff untergegangen ist und das ah ok klingt machbar wir haben ja echt alle ein krasses sixpack ja ich bin sogar kräftig dazu muss das auch wenn wir noch warten bis die schwänze reddys ja ich bin schon alle für uns du kannst nicht du kannst nicht viel zum kasten du hast noch nix freigeschaltet ja ich weiß aber ich wollte auch eben schnell OBS fertig machen ach so reddys soll es demnächst in dem spiel auch geben äh wie kann ich denn ready machen hier äh einmal oben rechts aufdrücken ach ready genau wenn wir auf ready dricks sind so wirst du denn ready da wo ready ist ist ready bitte spiel hör auf mich raus zu werfen du hast dann auch noch zwei minuten zeit man landet erst mal in der lobby ach ich hab noch vergessen aye aye captain aye aye lol was ist passiert wir sind irgendwie getrennt denn random lass mich einfach über die plücke hüpfen äh gott und bitte setzt mich nicht aus ich hab hier drei karteikarten vor mir liegen Sven da hab ich alle Piratenbegriffe drauf mann der spiel hasst mich was hast du hier vom kiel holen oder wie das heißt kiel holen das ist bestrafen ok Janik wir werden dich kiel holen Sven das soll ich mit dir machen ne lass mal das ist kein Münster spiel hast mich bin ich noch bei euch oder bin ich rausgeflogen weißt du was machst du denn bei dir gerade ich bin im Hauptmenü noch aber wir stehen oben schiffspiel Pirat ok einfach alle nochmal schön dann hab ich das nicht alleine ok danke einfach nochmal neu starten ok jetzt erscheine ich bei mir oh jetzt hab ich schon wieder bei einem anderen Captain angeheuert die Meuterei hat begonnen bevor sie überhaupt gestartet hat aber jetzt bist du bei mir aber jetzt bist du bei mir ich bin Captain huuuu da leg ich mein Veto ein raus da leg ich mein Veto ein dann seh ich lieber alleine ja dann lad mich doch ein Janik dann machst du Captain hier doch und ist hier irgendwas das man beachten muss damit man nicht raus fliegt ich weiß es nicht Glück haben warum kommt nur Janik in die Runde rein weiß ich nicht ich bin halt der krasseste ich hab am meisten Geld reingepillt ah ja bestimmt nur 1248 ok jetzt bin ich ready oder ich guck einfach mal nach Europa-Servern oder so ah ja natürlich ich guck nebenbei den Stream also ich seh auch den Chat ok da ist der Ping scheiße ja da kannst du ja auch auf Europa-Servern tatsächlich so ich denk mal die Striche bedeuten wie der Ping von dem Servers also naja die roten Dinger auch vermeiden ok diese Progress und die Pre-Game sind die gehen eh nicht da muss man eigentlich schon Quick-Play machen ok na dann schauen wir einfach mal vielleicht gehts dann jetzt ok ich bin wieder alleine ja ich hoffe es Leute ja ich hör dich ok ok wir sind zwei haben es geschafft ich bin auf der Karte zwei haben es geschafft zwei haben es geschafft drei haben es geschafft drei haben es geschafft nein zwei haben es geschafft äh Cluster zum Spawn wählen wo musst du wo wo spawnen wir denn hallo? da wo der Messer ist shiny will oder eben kann aber kannst du nicht nachschauen grad die machen auch random äh Mates kann man dich nicht noch schnell wie nach boah hallo Captain ich kann dich jetzt nochmal einladen vielleicht geht das ja besser hoffentlich vielleicht muss ich einfach mal join und euch dann einladen oder so Sven wir müssen an Land Matrause ich will mitmachen klatsch schnell Matrause alter ist das spiel laut was das spiel ist laut spiel warum Abfall für steuere geht das auch nicht Hilfe passiert was bei gescheiden ich will gerade alles oh ich will doch noch weit machen für unser schiffswert kann man eine Einladung mir an oder ich hatte sie angenommen aber der will nicht ich versuch grad einfach mal so die Beine zu drehen Fragezeichen gewunderten was ja holzkugeln da ja Nick was ist das hier Captain was ist los ich drücke auf das kreuz also Teleposition ah ok der zeigt mir auch dass er was lädt aber irgendwie komme ich nicht hinterher ich habe Paddel gefunden ich fange gleich an zu weinen das kommt noch Matrose sie haben die Pfeile liegen gelassen mit Matrose sie sehen eine Flasche Spitzhacken ok ich habe eine Schaufel das ist auch besser so damit schauf ich dein Grab du wirst gleich Kiel geholt ah ja ich starte das Spiel ein weiteres mal neu ein Intermesser da sehe ich mich oh ich will auch ein Messer haben ich mach ich geh einen Schritt weiter ich starte Steam neu ja vielleicht bevor du das Spiel startest darf ich direkt mal eine Einladung annehmen und vielleicht komplett dann direkt so oder so du hast auch noch ein Intermesser gefunden das habe ich nicht gefunden gerade eben ich war im Nirvana finde alles mögliche und finde kein Intermesser oder Spielsacke vorhin habe ich auch kein Intermesser gefunden ich habe zwei Ruder gefunden ja ja brauchst du nicht du willst das Ruder? ja such lieber Sachen für Schiff Kisten ok 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 ich habe auch nochmal in den Check geschrieben was ich mitmachen will ich weiß haha ah wahrscheinlich lass dich ok Kisten sag Bescheid wenn du wieder auf Steam wirst dann versuch ich dich nochmal einzeln ich habe Steam gerade wieder offen ok vielleicht direkt vielleicht direkt vielleicht geht das zu spät einladen ich versuch Spiel beitreten Kiefernklinge Sven hier liegt ein Intermesser Matrose nimmt dir das Messer ich ruhe das Messer Leute da gehts doch oben bitte spiel das kannst du mir doch nicht antun ich habe mich die ganze Woche gefreut ich habe mich die ganze Woche gefreut Captain ich bin da alles klar Matrose warum ist dir eigentlich jetzt kein random dabei ich und dann Q drücken Matrose wir werden angegriffen wir werden angegriffen ja Moin werdet ihr jetzt wirklich angegriffen werdet ihr jetzt wirklich angegriffen wer ist der Armbrust Angriff Captain Matrose 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 hier ist eine Landratte Matrose ich komme Aha es gibt keinen Fallschaden Matrose macht dich fertig mit der rechten Maustaste könnt ihr blocken ne ah ok Matrose ich bin da ich bin da ich bin da also zumindest mit den Nahkampfwaffen als wer rät er weg natürlich als gegen 2 will denn nicht der feigling komm her ich run ihn out du willst spiel jetzt die fangen oder was der Siggi. Spiel. Wir haben ihn. Warum? Wir haben die Lusche. Das kann er looten. Nimm mit, was du mitnehmen kannst, Matrose, und dann Kugel drückt halten und musst du teleportieren. Okay, warte, warte, warte. Wir haben kleine Schnecken. Okay. Wir werden angegriffen. Schnecku, weg hier. Wir werden wieder aufs Schiff. Ich glaube, nächste Runde probier du nur noch mal, Captain. Vielleicht geht das dann. Vielleicht musst du recht den Kuh drücken. Kuh drücken und nicht bewegen. Du bist dir der Kreis da öffnet. Ah, okay, okay. Ich versuch's gleich einfach mal, indem ich hoste. Vielleicht geht das. Ja, das will ich. Okay, ich hab nen Bug. Warum? Ja, wenn der nicht schlimmer ist als meiner, dann kannst du doch froh sein. Meine Armbrust schießt die ganze Zeit. Dann nimm sie nicht in die Hand, bis du dran bist. Licht in die Segel, Matrose. Wie mach ich das? Was? Die Licht ist. Die Seile. Es gibt wirklich eine Liebe in dem Spiel. Hallo? Das Spiel ist unfair. Nein, die Seile an der Seite. Achso. Hä? Die andere... Los Matrose am Stand. Ich hab nicht dann gemacht. Feind in Sicht! Ja! Feind in Sicht! Matrose an die Kanonen! Da, den Kreis meint sich. Das ist wohl das Auge des Sturms, den du gerade da hattest. Mhm. Der Feind ist gesunken! Ohne unser Eingriff! Sie haben... Diese Lutscher... Ja, boin! Diese Lutscher! Matrose! Felsenfahrer! Ah! Titanic! Habt ihr ein Schiff versenkt? Ja. Äh, Yannick hat uns gleich versenkt. Yannick, wo fährst du hin? Was für die? Wo fahr ich hin? Dann singt aber Schickling! Hey, du musst jetzt nach rechts lenken! Das ist ja rechts und man... Das ist das Interessanteste im Battle Royale Spiel, was ich je gesehen habe. Oh, 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 oh! Man kann gegen die Wand fahren. Im Übrigen, äh, wenn das Schiff, äh, ein Loch unterdeckt ist, sie müssen mit dem Hammer dagegen schlagen. Okay. Oh, ich hab einen Hammer weggeworfen, glaub ich, oder? Nee, den kann man nicht wegwerfen. Der ist auf fünf. Okay, gut. Muss dann unterdeckt gehen. Du hast die Flasche weg, du Flasche. Gucken, ob da irgendwo Wasser aus der Wand kommt. Nee, wir sind Heide. Wir sind Heide. Wir sind Heiden? Wir sind Heide. Ich hab übrigens keine Ahnung, wie man das Wasser wieder rausbekommt. Ich hab es versucht und es ging nicht. Aber es wird wohl schon irgendein möglicher Gehen. Das sind Erfahrungsdinge, das finden wir schon raus. Say goodbye. Schiff voraus! Jannik! Wow! Ramburg! Sven nach Nahkampf, alles klar! Wir können über die Meme was drehen. Alles klar! Ja, Moin! Bäm! Bäm! Nein, die Bruder hat gefallen! Hilfe! Kuh drücken! Jannik! Matrose, Kuh, teleport! Teleport, Matrose! Jannik, die muss schon an Bord springen. Die scheinen aber schon ein paar Löcher zu haben. Ja, ich hab's gesehen. Äh, Leute, das Schiff haut ab. Jau! Ach, so teleportiert man sich zum Schiff. Ja, und man darf sich dabei nicht bewegen. Genau. Hallo, Captain! Ich bin rüber geflogen! Hab ich gesehen! Einfach Kuh drücken! Anstatt die Kanonen da zu nehmen, kreis doch verträgt dran. Damit haben sie nicht gerechnet. Ja, ich stell voll auf den Mast da und dann bin ich einfach rübergefallen. Matrose wie seine Arsch! Matrose! Matrose! Ja, was ist denn los, Captain? Da müssen wir hin! Nach Blau, Matrose! Ja, okay, drehen! Drehen! Matrose, der Turm kommt! Wir sind am Sack! Weiche Freunde, erwartet uns! Ich wurde leider auf dieser Insel ausgesetzt. Zu viel getrunken in der Erde. Wir haben einmal die Anker gelichtet und sind abgehauen. Zu viel getrunken in der Saverne. Gib's ruhig zu! Ja, ich bin leider so ein richtiger Trunkenbold. Da hin! Okay, da wird zöhnt. Ja, gut! Da ist die Zone! Vollgas, voraus! Vollgas! Alter! Da ist die Zone weit weg! Ja! Gar kein Problem! Ach, da ist das Abwürgern-Shit! Da-da-da-da-da! Matrose! Singen Sie mir ein Lied! Äh! Was war das denn Geräusch? Das Kriegshorn! Ich habe übrigens keine Piraten wieder gefunden! Okay! Echt nicht? Zumindest keine von irgendwas Erwachsenen! Oh! Nur von diesen Kindersendungen! Oh! Oh! Wie geht das von One Piece vorbei? Die ist hier eine! Fetzt du da das Piratenling? Äh! Ich weiß, welches meins ist, aber ich kann dir texten! Ne, die ist eine! Die ist hier! Captain Binks will einen rum! Ich gebe ihnen die Flasche drum! Nanananana! Wie wieso? Nanananana! Ja, ich weiß das vom Brook! Genau! Das ist toll! Ja, das ist richtig gut! Der kann auch generell gut sehen! Ja! Ja, das betrachte ich noch mal meine Maske! Captain! Wann sind wir da? Hoffentlich bei! Der Sturm kommt näher! Ich werde euch dafür Kiel holen! Das macht der Sturm schon! Captain! Ich habe ein schlechtes Gewissen! Ich brauche mich gut zu segeln! Si! Das ist ja kein Schiff gespielt! Das历 der Gräupt! Ah! Sehen Sie den Horizont! Der kommt näher! Oooo! Ich kann mich selber untersuchen! Was ist denn für den Unternebeln? Das ist ja außerhalb der Zone! Da kriegen wir Schaden! Wie sieht dann die Gruß aus! Wenn wir da sind! Okay, ich sehe ein rutes Licht! Wir sind am Arsch! wir schaffen es wir schaffen es gar kein problem die kanonen überhaupt geladen matrose kontrollieren die kanonen ok haben sie hier im motor dran ich mache aus dir gleich einen motor hier steht nur verwenden aber wie kann ich dir nachladen leertaste gedrückt halten okay ich glaube dann sind die voll schiff 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 feuer feuer matrose ich kann doch nicht feuern matrose jetzt wofür bezahlen sie wieso kann ich schießen was großartig kompetent linke maus dass du warst da passiert nichts da passiert nichts lasst dich herkommen wir springen so rüber ihr steuert wieder in die wand rein ihr solltet übrigens mal euer schiff reparieren ihr habt ein paar schiffen treffer bekommen matrose matrose wehrm wasser am schiff äh fünf ne probier's alles klar ich höre dich hämmern nice muss mit ner mama runter rennen und da regen schlagen mit der linken hausdach matrose und wasser mit mehr arbeiten sie überhaupt ja wie bekomme ich das wasser hier raus das wasser keine ahnung matrose wer sie kennt wasserpumpe wasserpumpe ja ich wollte gerade hier gucken ja hier heilung verwenden ha mitarbeiters wurde es bin ich hier ja weil es sieht nicht so aus ob das wasser abbaut da kann seine sachen einschmeißen das holz muss ja aus dem pass holen das habe ich gerade eben nicht hinbekommen war fang ich doch rechts du längst doch du meinst der steuerbord wenn denn matrose ich hause mit dem hammer die flasche beidrehen ich glaube ich habe den Acker geworfen ich beobachte von oben die flasche es gibt einen autistum ich bin tot ich habe einen gekillt Klappchen! Ich bin nicht stumm! Ich hab noch mal gekühlt, ich bin so krass! Fick nicht! Dann geht es nicht, wenn wir respawnen können! Fuck! Oh, scheiße! Kippelte den Freibeuter! Matrose! Matrose, greifen sie an! Kämpfen sie! Wieso?! Kämpf doch! Ja, respawn wird durchgeführt! Ich hab mein Schwert nicht bekommen! Das Schiff sinkt, Matrose! Sie sind eine Täuschung! Fährlich! Sie sind eine pure Täuschung! Sie sind tot! Jannik hat drei gerade platt gemacht, alleine! Ich hab mein Schwert nicht bekommen! Ihr seid RIP! Alles klar, Scheinling, vielleicht darfst du auch mal wieder! Alles klar, ich bin verlassen! Ja, ich hoffe drauf! So! Ich versuch jetzt echt mal mit Hosten! Alles klar, warte! Und beidrehen! Wenn das dann nicht funktioniert, dann weine ich wirklich! Hab ich eine Einladung bekommen? Müsstest, ich kann noch eine schicken! Ada! Sonst spielst du zurückgeben und schnell das Trivia-Trickspiel hinzugeben! Hahaha! Wenn du dich zusammenspielen könntest du belassen! Das ist doch einfach unfair! Ihr dürft euren Spaß haben und das Spiel sagt zu mir, nein, du darfst nicht! Du schaust zu! Spaß sagst du, ich war völlig überfordert! Also hier hab ich jetzt schon dreimal eingeladen! Bei mir seid ihr noch! Ja, ihr komm ich rein! Ihr komm ich rein! Bei mir lädt er immer! Und dann bricht er ab und dann ist es wieder vorbei! Dann stehst du wieder alleine doch! Genau! Das macht er bei mir schon die ganze Zeit! Ah, okay! Das Spiel hat ein bisschen... Mach du mal! Komm, 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 mach du mal! Als Matrose taugst du nix, deswegen mal gucken! Ja, easy! Darf ich wenigstens jemandem beitreten? Ansonsten reinstalliere ich das Spiel gleich wörflich! Weil es könnte ja nicht sein, dass ich eine Runde spielen kann und danach geht es nicht mehr! Ich könnte das wenn mit tun! Ich hab verstanden, einfach alle mal das Spiel neu! Okay! Dann mach mal eh mal einen kleinen Cut! So! Warte! Ich untersuch das Spiel jetzt auf Fehler! Tu, das Spiel wird keine Fehler haben! Nein, nur nicht! Ich glaub es liegt am Anwender! Glaub ich auch! Dateien auf Fehler überprüfen! So! Oh! 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 Ich geh da! Schnell! Kerub Games! Eisberg! Waffen Game! Spielen! Egal! Es geht drin! Okay! Ich bin bei Janik drin! Relativ schnell! Leck Scheining nur bei mir gerade ein bisschen! Ja! Bei mir leckt auch! Oh! Oh! Scheining! Lass mich da! Spies! Ich über... Ich glaub dein Netz hast dich auch gerade! Ich hab nur mein Internet! Oder hast mich gerade mein komplettes Internet! Alter! Da hast du einen erfolgreich überprüft! Jetzt geht's wieder! Jetzt hör ich dir wieder! Ja! Hey! Bei Worms war ich dran! Jetzt bist du dran! Ich hab einmal auch Fehler hier gerade überprüft! In der Hoffnung, dass das Teil auch was findet! Was ist da? Fehlenschein! Na komm! Scheining! Du komm mal ran auf den Meter! Aber wenn wir sagen, das Spiel neu gestartet! Wenn es nicht klappt! Dann wechseln wir doch mal! Oh Mann! Ah! Ich hoffe aber ihr habt für diesen schönen Abend bisher! Es ist mehr als angebracht! Also ich konnte ne Runde spielen! Ich bin zufrieden! Ich konnte auch schon zwei spielen! Bei ihnen dann klappt das tadellos bei mir! Ja, die kann mir noch mal einladen! Bei ihnen dann nie wieder! Ja! Einfach nur damit du verunsichert bist! Ah! Moin! Ich stehe bei mir wieder alleine! Und boi! Rauch! Okay, jetzt bist du wieder da! Aufstehen! Aufstehen! Ich weiß nicht, was da los ist! Bitte, 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 bitte! Ich komm schon mal trainiert, Fritz! Ja! Josse! Bitte spielen! Lass mich dabei sein! Ich will nicht schon wieder rausstehen! Nein! Meine Drohung hat einfach... War... War... Ja! Einmal ganz kurz überprüfen! Okay, es nimmt auf! Bitte, Spiel! Schmeiß mich nicht wieder raus! Hast du grad ne Runde gestartet? Äh... 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 Shining, du fehlst! Du bist ja da! Hey! Hey! Wir sind auch da! Ich vermute, wir haben keine Lobby gefunden! Bist du einfach mal hosten, äh... Es auf 3 Spieler stellen und hoffen, dass ich dabei drin bleibe! Können wir probieren? Karte... Welche Karte wollt ihr denn? Tropical, Tropical oder Tropical? Hm? Was wollt ihr denn für ne Karte? Tropical, Tropical oder Tropical? Achso, Tropical! Ja, Tropical... Du kannst oben rechts das auf 3 stellen! Glaub ich schon! Kann ich auch was einstellen hier oder... Kann ich die Tageszeit einstellen! Alles klar, hosten! Connecting to Party, host! Spiel wird gesucht! Ich hab erst gelesen, Connecting to Party, lost! Das Problem... Ja, du bist ja lost! Wir hoffen dann einfach mal, dass die Leute uns dann auch noch random joinen! Saphir Kruger heißt das schon, verglücklich! Wir können wir kurz... Ich bin hier übrigens gerade immer noch am Beten! Okay, ich bin drin! Shining! Hey! Na? Danke, Spiel! Spiel! Ich darf noch was! Oh, hier ist ein Fass! Hab ich das Fass in der Hand? Ich hab mir ein Fass genommen! Äh! Was hast du denn da für ne Waffe? Hm? 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 Flinte! Flinte! Alter, das sieht nicht aus wie ne Flinte! Ich hab ein Fass gefunden! Was mach ich damit? Trinken! Nein, ein Explosives, was ich denk mal nicht! Wart mal, kann mal einer mit der Schrubbwinde drauf schießen? Ah, das macht man damit! Wir sind einfach aus dem Ventar schmeißen! Und dann drauf schießen! Okay! Haben wir noch eins vielleicht? Ja, wir wissen jetzt... Wir wissen jetzt halt nur nicht, ob es lange dauert, bis da viele joinen, ne? Ja! Wollen wir einfach mal 5 Minuten warten und hoffen, oder? Äh, hier liegt auch noch keine Pistole! Einfach probieren! Die kann mal markieren! Weiß nicht! Äh, M? Ne, das geht auch mal nur auf der Karte! Auf jeden Fall, eh ich hier, wo ich bin! Da ist hier ne Pistole mit Kugeln! Da ist ein Turm! Leute? Ja, ist ledig! Puff, puff! Puff, puff! Wart mal, ich will ne Schaufel nehmen und gucken, ob ich damit graben kann! Peng, peng! Pist, pass, puff! Hallo? Hab ich! Geil! Pist, pass, puff! Da, 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 da! Ist das einfach geiler Stuff? Das X markiert die Stelle! Warte! Da! Das Kreuz markiert die Stelle, wer wir graben! Ich glaube, wenn man selbst erstellt, dann joinen die nicht! Meinst du? Oder es dauert lange? Ja, dann müssen wir halt random joinen und hoffen, dass ich nicht rausfliege! Okay! Dann kannst du nochmal probieren! Ich habe jetzt mal das Spiel verlassen gedrückt und lade euch ein und hoffe einfach aufs Beste! Oh nein! Drei! Ich spiel verlassen! Also wir merken uns! Gehostelt, da findet man wahrscheinlich niemals ein Spiel! Okay! Garnik ist bei mir! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Guck! Okay! Jetzt konntet ihr bei mir beide joinen! Ja! Ready! Quick Play! Quick Play! Und wieder beten! Leute, das bringt mir weg! Das ist normal! So lange du da auf einmal den Ladebildschirm hast für joining game! Also zwei sehe ich schon mal! Alter, warum sind die Leute so laut? Ich lasse ich hier mal einen! Ich bin ja schon drin! Ich bin ja schon drin! Ich lasse da, ich lasse so jumpen! Das hat grad eben schon nicht funktioniert! Ja, aber du hast das Spiel halt! Alter! Och komm Spiel! Warum tust du mir das an? Dieser scheiß Typ mit seinen scheiß Beatboxen, ne? Boah! Warum? Alles klar! Ich guck schon! 6,60 Euro ist ja nix! Das Spiel verlassen und dann nochmal mich einladen und hoffen, dass ich bei euch wenigstens hinterher kann! Ja komm! Wir machen Last Try! Komm! Also das Spiel ja verlassen! Okay! Ja, Last Try! Wenn es nach dem Versuch nicht klappt, dann starte ich einfach PC und innerhalb nochmal und versuch's dann nochmal! Ich glaub, das Spiel werde ich aber jetzt spielen lassen! Kann auch sein, dass mein Internet gerade irgendwie Probleme hat! Naja, weil... Also Internet haben wir immer jetzt nur Kurzvideo! Also das man's hören konnte auf Discord! Aber warum hasst mich das Spiel so sehr? Ja, du, ne? Manchmal ist das Internet einfach so ne Sache, manchmal hab ich auch kein Internet, also... Das Internet hat seinen eigenen Kopf! Vor allem wenn man bei der Telekom ist, weißt du? Ja Sven, es weinen mehr Leute bei Vodafone als bei Telekom! Seh ich nicht! Ich bin auch direkt wieder aus der Party da rausgeflogen! Ich kauf schon mal Trivia Tricks! Nur so! Äh, Spiel zurückgeben hab ich gehört! Kann sein! Ja, hier Trivia Tricks 400 MB, gar kein Problem! Ja, hier Trivia Tricks 400 MB, gar kein Problem! Und 6 Euro gespielt! Aber zwei... Hey, ich hab zwei wichtige Runden! Warum? Alles klar! So, ich wechsle jetzt schon mal wieder auf die Zwischenbildschirme! Goodie! Kannst du mir die Einladung nochmal schicken? Ja! Wer hat die Einladung, dass es mich ins Spiel gibt? Pss! Ich will das Spiel grad zurückgeben! Ich auch! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Oh, das ist wahrscheinlich wieder eine Ewigkeit! Das ist nicht wie ich mir vorgestellt habe! Das stimmt! Wie war das nochmal? Äh... Spiele... Ne, unter Hilfe war das, ne? Ja, Steam! So... So, wo konnte man das nochmal machen mit dem Spiel zurückgeben? Äh, Steam Support musst du einmal... Machen! Über den Browser wahrscheinlich! Also... So... Aber ich hab übrigens 13 neue Gegenstände und hier so! Aber ich hab wenigstens schon mal 30 Minuten Spielzeit gehabt irgendwie! Ja, ich hab auch zwei Runden oder so klein... Also ich krieg da mal einen Zusammenschnitt hin! Glaub ich! Okay, so und jetzt... Wie heißt das anderes Spiel? Äh... Bei Aufnahme fahren, ganz oben! Ganz oben! Ich kann nur den Antrag einreichen! Ja... Dann wird das geprüft und dann kriegst du das Geld wieder! Ja... Brauchst halt nicht sagen nur! Über... Wenn du sagst... Wenn du Steep Support machst... Und... Äh... Dann geht's schneller... Also... Steam Guthaben! Dann geht's noch ein bisschen schneller! Genau! Hab ich jetzt auch gemacht! Ich hab wirklich... Äh... Zigtausend Mal versucht... Äh... Euch zu joinen... Und es ging einfach nicht! Jaaa... Wenn du nicht willst... Triming sagst du auch einfach! Jetzt weg dich zu nix! Jetzt hab ich mir die ganzen Begriffe umsonst aufgeschrieben! Ja... Stimmt! Stimmt! Aber hey... Dave will ja irgendwann mal... The Sea of Thieves machen... Also... Wer weiß? Für zu... Da brauchst du ihn nochmals! So... Für mich selbst kaufen! Chiviatrix... Dieses... Das Gute ist, ich krieg jetzt wieder ein paar Steam Punkte! Wieso Steam Punkt? Wirklich? Ich hab's nur eine Stunde gespielt! Habe ich ne halbe Stunde oder so? Ich bin ja schon... Was ist das denn? Gibt's kein Vollbildmodus? Und bei meinem Glück dauert's eh wieder ein halbes Jahr bis die mir das Geld zurückgeben! Hast du Paypal gemacht oder was die im Guthaben? Ich hab's über PaySafe gemacht! Ah! Das könnte dauern! Ja, maximale Grafik! Ich will alles sehen, die Jungs! Was? Okay, drei Minuten bin ich ready! Okay! Sheld Enable? Natürlich! Statistiken! Ich hab zwei Problemen! Okay! Dass ich jetzt erstmal auf das Geld warten kann! Yannix? Steam Guthaben null! Ich glaub Yannix Internet ist gecrashed! Warum? Ich höre... Mein Internet crash gleich! Eins von beiden! Ich höre ich noch nochmal! Okay! Ich hab Angst! Warum? Ich hab Angst! Nur bei meinem Glück dauert das immer ein gefühlten Jahr! das ist kostet 00 dollar und ich habe mann ich weiß mal ich gehe ab und zu holen ich gucke mal ob das bekannter fehler ist ich muss noch mal neue charakterstellung schwenzen anscheinend ist das unbedingt ein öffentliches problem wir haben ihre rückerstattungsanfrage erhalten ja wir werden ihre rückerstattungsanfrage schnellstmöglich bearbeiten und ihnen antworten ja ja online die gestaltung werden von feier zu feier bearbeitet werden normalerweise bei einkaufen die mehr als 14 teilen zurückliegen oder bei produkten mit einer spielzeit von über zwei stunden abgelehnt 48 stunden ketten und das dauern das nicht den salida ist auch direkt wirklich ich guck mir das spiel an denkt mir das ist richtig toll freue mich schon drauf dass wir spielen und dann darf es nicht haben und waren mit dem spiel ja einigermaßen auch einigermaßen auch ohne probleme also Also, das hat Piratending noch, dann gleich so den Problem. So, Titel aktualisiert, gar kein Problem. Ja, ich habe das Problem, dass ich jetzt erstmal aufs Geld warten muss. Ja, das geht schon schnell. Easy. Ja, bei euch vielleicht. Oh, hier machen wir gleich mit Butter wieder. Zwölf Wochen, 20 Minuten. Aber wir lassen uns mal schön Zeit. Oh, spiel ist fertig. Was sonst machen wir? Geht das wahrscheinlich nicht mal ein Problem mit dabei? Oh, probieren wir mal Remote-Play sonst. Qualität ausgeglichen. Und dich muten. Wirst du mich muten? Ne, Shining. Achso. Aber ich dachte, du willst mich nicht mehr hören. Dafür nicht, aber es geht nicht anders. Ah ja. Dingle-Dong. Dingle-Dingle-Dingle-Dong. Ja, das höre ich auch. Okay, jetzt muss ich noch einen Controller anschließen. Ist das ein Controller-Spielbauer? Den muss ich doch erstmal hier in meinem Zimmer suchen. Hat er dir gesagt Controller-Anschießen? Warte, gerade auch das OES-Dich, Maribel. Warte mal, das... Volle Controller-Bestützung, ja. Ähm. Bei mir hat sich das Spiel übrigens geschlossen. Ich möchte natürlich gleich noch mal ein, kein Problem. Gar kein Problem. Aber die Rückerstattungsanfrage läuft, das ist mir nur selbst was. Vollständig. Kannst du mir beitreten so, oder so, Sven? Äh, mach ich sofort. Ich wollte eben kurz hier... Du kannst nichts ändern. Was sie kurz sehen. Achso. Ich dachte, du wirst den Typen ändern. Das geht ja später. Du kannst den Namen Schwänzel nehmen, aber dann hat er halt nichts an. Hab ich aber auch gemacht. Nee, das will ich nicht. Oder? Ich hab meinen... Na, Jack Hagen. Also der hat nichts an, aber ich wollte jetzt kein... Redding-Dolino. Also die Übertragung, die ging einwandfrei. Okay. Versuch von vornherein gemutet. Okay, kannst du was machen? Warte. Ich kann mir ein bisschen was machen, ja. Mit Controller? Hast du... Ich muss, glaube ich, echt einen Controller anschließen. Nein, ich glaube, so wird es für sie beginnt. Schwierig. Um die Zeit zu überbrücken. So. Also machen kann ich was. Ja. Ich will nur mal eben kurz hier was hinzufügen, dass ich... Vielleicht auch aufnehmen kann, ansonsten... Bin ich wirklich einfach nur mit dabei. Fensteraufnahme. Komm, wo wir jetzt zumindest etwas... Ja, so geht's. Gib mir einen Moment, ich suche meinen Controller. Ja. Ach, ja, immer diese Early Access Spiele. Wieso Early Access? Das ist dieser Hass. Versuch mal zu joinen, Sven. Äh, hast du mir schon eine Einladung geschickt, oder? Vielleicht versuch mal zu joinen, ob du das Spiel beitreten kannst, oder so. Über Steam, oder so. Befunden. Das will ja nicht hier sein, oder? Ähm. Remote Play seid ihr? Spiel mit einer anderen Person. Ja, vielleicht hier nach, weiß ich ja nicht, ob das jetzt erstmal nur für lokal ist und danach online. Kann was sagen. Ich guck mal einfach mal. Ja, wenn das lokal ist, dann müssten wir das eh so spielen. Ne, es ist erst lokal, also quasi erstmal wir beide quasi dann, und danach können wir noch Schwänzel einladen. Ah, okay. Okay, dann ist das gleich. Muss wir noch, das wahrscheinlich der Controller geht. Versach, wenn ich... So. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Oh nein. Danke schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. ok wie sieht es aus Schleiningerip? Achso, eisgemütet. Ja, okay. Das ist ein anderes. So, dann mal kurz auf Bier. Okay, jetzt könnt ihr auch mit Controller spielen. Okay. Okay, gut. Ich glaube, vorher ging auch nur Tastatur. Weil ich meinen Controller noch nicht angeschlossen hatte. Achso. Also jetzt müsst ihr auch mit Controller spielen. Mal gucken, er spielt wieder.